Und selbst wenn ich mich ausziehen würde, würde ich es nicht öffentlich preisgeben. Sicher? Ich beziehe mich sicher. Okay. Dann lass uns. Ey mach das bitte aus, mach das bitte aus. Ey, mach das bitte aus! Nö, ich... Digga, jetzt copy mal die blöde Kuh. Mach das jetzt aus! Mann, ich muss hier stürmen. Sag mal, dass du es ausgemacht hast. Digga. Boah, mach bitte aus! Mach bitte aus! Mach bitte aus, bitte, bitte! Ich kenne doch schon aus! Ja, ja, ich... Dein Echo hört sich an wie Musik. Dein Echo? Aber hier läuft keine Musik. Ich habe gerade keine Musik an. Aber jetzt mache ich Musik an und ich werde an mein Headset beim Spielen stumm, weil ich brauche Musik, wenn ich spiele. Geld plantsник. Komm, zeig mir dass du ein echtes Zocker dafür... Nein! Komm, einmal. Tann fashion, bitte! Nein! Dein público nämlich bombardiert! Bitte nicht nein! Bitte nicht nein! Ähm, komm, zeig mir dass du ein Zocker... Nein bitte... Mach es aus! Hallo! Bitte, macht es aus! Hallo! 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 cn уз Tenemos bicyc jeраж! und über dich hat man sie auch leicht okay pixel zeigt mir dass du zocker girl bist und auch ohne musik mal zocken kann es kommt ich bin selber schlecht aber ich bin ja voll im partylaune und du machst es mir gerade kaputt du kannst nach einer party machen wenn du ja da können wir zusammen an die party machen okay ich mach kein 101 dann mach mal party wenn wir gegen ihn machen wie wärs wir machen eine party hallo ich bin ich bin ich bin schlecht nur ganz schnell kommt es geht nur bis zwei nein ich mach kein mann bitte ich möchte kein mann bitte ich mach ich mach nochmal ich mach nicht mehr ich hatte das bitte bitte ganz kurz kommt bitte ja ich bin ich machen oder eventuell ja okay aber dann mache ich eher ein bono als ich bin ich nicht eine runde also jetzt sind die runde im deathmatch äh spielen und danach noch mal haben wir nicht ab nun ist er nicht sofort ab und weil ich erst mal noch ein bisschen wir können ja gleich danach wichtig in der spiel in der stimmig auch andere vor allem ich bin aber auch nicht der beste ne ich bin glaubt sogar schlechter ist du genau man fällts ernst 15er quote ja 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 ok 2 ja total schlecht ich bin schlecht auch schlecht äh da konnte es wird seiner quote äh ich rede nicht von deiner kd von deiner dampfassung die du gespielt hast du jetzt in der runde er guckt ist doch schlecht muss immer das über 15er quote wo sieht man das guck mal geh auf kampf ich bin angesehen ja wenn geh auf dampfassung und dann siehst du da 15 15 stehen wenn du spielst du daneben die quote das ist deine quote okay und danach machen wir nur noch okay okay deal oder not die bitte deal oder not die okay machen wir einfach jetzt halt ähm team deathmatch und danach runter runter dicker leute die heute nicht ähm ich wollte noch rausgehen oh gott einmal bitte nicht füß okay dann machen wir halt jetzt eine runde team deathmatch würde ich sagen oder leute ja leute nicht Spaß ey picture princess warum hast du vorhin coiled wo ich dich killed hab warum ich nicht geheult habe ich spiele halt jetzt halt normal jetzt schnell die runde und dann nächstes video wird dann trolling oh ich hab so hhhhhh so hab ich gemacht das soll ich mich rüber abfacke wenn ich sterbe mein freut manchmal auch ich typisch beuten ussia du bist du der hinde dieser kleine pissersech hoffe er Burgdjagd sekus schuld aller heut so jetzt habe ich dich gut da arschloch finde keine sauer ich hoffe nicht obwohl dem gegner die mehr sind als wir oh ich habe da kommt doch von der seite der kleinen zurecht die finalen die vier hat nicht so ab ohne ein turn-on ist da ist er ist er ist er oder ich auch jetzt juckt mein Armm ich dachte schon Arsch genau mein Arsch juckt das wäre schon echt gekriegt nein das kriegt er nicht noch bitte mein Arsch juckt das war wirklich mein Armm der gejuckte halt selbst mit nicht mein Arsch juckt du wolltest Arsch juckt ja mein Arsch juckt du wolltest zu Arsch sagen und hast dir dann gedacht ich kann mich jetzt doch mehr bringen nein ich hab gesagt mein Armm juckt weil ich hab einen nützlich an meinem Arsch du hast so gesagt mein Armm juckt ja weil ich hier gerade gekratzt hab deswegen hab ich das so gesagt mein Armm ist das wirklich mein Armm mein Arsch genau denkst du wirklich hätte damit guckt dem die zu sagen dass mein Arsch gejuckt hat das ist ein ganz menschliches aber war wirklich nicht mein Arsch ganz menschlich wenn der Arsch juckt dem Zocken ist ja was bin ich nicht immer der Mensch ist immer der Mensch der Arsch anfängt zu jucken im Zocken wenn ich einen nützlich an meinem Arm hab ich will dir ein Bild von meinem nützlich aber normal normal weil so ein Arschfoto wo es um Pickel drauf fällt so ein Wichser äh äh war geil da bin ich rot hast du ja rot ich bin geschockt princess wie lange spielst du denn schon PO2 du lange ich spiel ich halt ja zwei Jahre oder so aber ich hab immer große lange lange Pausen wirklich lange Pausen mal einen Tag mal zwei nein ich hab ein halbes Jahr gar nicht gespielt dann hab ich wieder angefangen zu spielen dann hab ich wieder ein halbes Jahr ungefähr nicht mehr gespielt dann hab ich wieder angefangen zu spielen und dann hab ich zwei Wochen Netzpause gehabt und dann hast du wieder angefangen zu spielen ja genau ja hast du wieder aufgehört ich mach das halt so wie ich kann es halt nicht ne ich hab bin halt ziemlich weißt du guck meine erste Drohne ich bin so schlecht guck mal ernsthaft ich hab nur 10 Kölz du hast auch nur wenig 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 ja ich schreck mich doch nicht immer so tief ich bin so schlecht ich bin so schlecht ich hab mir keine Tricks raus wir haben Jückser für gehen immer Ich bin so schlecht Prinzessse aber ich bin genauso gut wie du man nö irgendwie nicht ne doch nur gerade ähm jetzt habe ich gerade einen Lauf in so einer online Runde aber eigentlich bin ich eh eh schlechter also ich wüsste ich aber er kann sich kennen genau solche Beute wie du war und total schlecht ich bin nicht um mann nicht übelst fertig einfach nur halt nur so in Richtung ich bin nicht dumm das denkt das sind die Kursstücke keine Ahnung ich weiß mein Deutsch war und das war einfach überhaupt gar nicht da ich hab und war ein in der Botschaft nicht schlecht aber im guten Was? Das habe ich brutal runde auf. Nein. Guck ich bin wirklich schlecht, sie hat nur 14 Kills, aber nur wenig meinst du. Lava Raba Raba! Ey Javren ich habe die gerade dumm. Ich hab auch ein Ohrwurm. Mach die mal kurz dumm. Hab ich. ich mache es jetzt hat verneut die aufnahme weil ich nichts weil ihr jetzt mal spiel habe ich ein stumm die mal wieder wartet nein schneidet rein das gelaber von der hallo hallo hat sie gerade nicht gehört hallo ich hab echt keinen bock helgi hast du klassen oder ich hab keine klassen ich hab nur eine d2 gespielt spiel den snipen als wir mit sniper spielen würden dann kann ich sagen willst du mit karte oder ohne so scheißigarte okay ohne bist du bereit überprüfen wir noch mal deine klasse